Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Orcs Must Die und ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam in die Galerie. Eis-Amulett? Oh, okay. Und, ähm, ja, ich habe dann Schwierigkeitsgrad jetzt echt so gelassen, weil das ist sonst für ein Let's Play ein bisschen ätzend auf Dauer, wenn wir das alles zigmal machen. Wer sie auch sein mag. Sie mag mich wohl nicht. Ich verstehe das nicht. Wie kann irgendjemand mich nicht mögen? Ja, du, das weiß ich auch nicht, Maxi. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, nehmen wir den hier noch mit. So. Oh, Fluggegner. Naja, gut, ähm, da ist der Rift und wir haben nur den da vorne, oder? Oder gibt's hier oben noch irgendwas, was ich beachten muss? Nee. Aber ich kann da Leute hinstellen. Was ich natürlich auch machen werde. Mein Bogen ist euer. Ja, das finde ich nett von dem. Sein Bogen ist mein. Stell mir eine Richtung. Ich stehe mit dem Orden. Das ist gut. Der Orden brauchte ich nämlich. So. Und setzen wir den Gesellen hier mal dorthin. Und was haben die Weberinnen noch Schönes für mich? Ja, kommt. Das ist die 1500, das kann man gar nicht. Aber hey. Ja, ich würde sagen, hauen wir rein. Oh, gleich mal mit Fluggegnern. Oh, okay. Ach du Schande. Das sind wie die Schnellen auf dem Boden, nur halt als fliegend, oder wie? Ja, trifft doch. Ich hatte den ewig im Visier und hab ihn nicht getroffen. Habt ihr das gesehen? Ist doch unglaublich. Ja, das werde ich bestimmt irgendwann, ja. Das kann durchaus sein. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Ist doch okay. Wie viel kostet das? Auch 1500. Auch... Das kostet jeweils 1000. Ja, komm, mach mal den hier. Na gut dann! Was? Achso, ja. Von den Fluggegnern. Den haben wir erwischt. Boah, uncool. Mist, nicht erwischt! Mann, 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 Mann! Macht's platt! Macht's platt! Ah, jetzt darf ich erstmal die Bogenschützen ersetzen. Da ist keiner gefallen. Da drüben auch nicht. Achso, stimmt ja. Die stellen sich ja wieder auf. Stimmt ja. Da war ja was. Ihr halten auf jeden Fall mal von mir Feuerpfeile. Feuerpfeile sind super. Ihr werdet zurückkommen. Dann, äh, haben wir hier mal noch Pfeilen rein. Ach, stimmt ja. Ich kann ja hier ganz vorne die auch schon hinsetzen. Etwas Feines für dich. Ja, etwas Feines. Oh. Fahr vielleicht nehm ich da besser. Hehehehe. Nyehehehe. Seht ihr? Seht ihr? Der lacht genau wie ich. So. Dann werden die entsorgt. Die werden sowas von ents... Entsorgt. Der lacht. Der lacht. Der lacht. Der lacht. Guten Flug, ja. Wünsche ich euch auch. Der lacht. Der lacht. Der lacht. Der lacht. Der lacht. Aber hier stehe ich sogar recht gut. Ach komm. Triff schon. Gut, diesmal hatte ich wirklich scheiße gezielt. Das gebe ich zu. Komm schon. Triff. Oh Gott. Das sind viel zu viele Fluggegner. Viel zu viele Fluggegner für meinen Geschmack. Was? Ach, da war einer. Tatsächlich, ja. Ja, dann hast du mich halt getroffen. Dann hast du mich halt getroffen. So. Aber ich hab den jetzt auch getroffen. Edge Badge. Das wird Spuren hinterlassen. Ja, das soll's ja auch. Oh oh. Oh oh. Oh je, oh je. Hey, oh oh. Komm schon. Der geht hoch. Wieso gehst du hoch? Ich hab nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt, dass du hoch sollst. Gib mir deine Energie. So. So. Ja, dann ist halt ein Bogenschütze gefallen. Solange die Viecher auch fallen, ist das okay. Puh. Nächste Welle. Okay. Dann, äh. Würd ich mal sagen. Hier noch einen hin. Und da noch einen hin. Und da noch einen hin. Ja, die machen erstmal einen Abflug. Und das find ich gut. Einen Abflug sollen die auch machen. Wow. Hey, 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 hey. Immer schön langsam. Ah, die schnellen Mistviecher. Viele dürfen denn rein. Nur 15. Oh, das sind auch kleine. Kleinfiechen macht ja auch bekanntlich auch Mist. Und zwar ein Riesenmist. Okay. Oh, noch mehr. Von den Minifichern. Von den Minifichern. Oh, und wieder große. Okay. 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 Nja. Ähm. Ähm. Ja, ja. Ich hab dich doch bezahlt. Ja. 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 Also... Tja... Ja. Na toll. Wir können mich um die Schnellen. Ihr kümmert euch um die Flugviecher. Ich fahrt nicht gerade. Ja! Die fliegen in der Höhe, in der ich sie erwischen kann. Ja, die Sache ist nur, ich brauche Leben. Gut. Ja, ich brauche Leben. Dringend. Dringend. Also das kann ich mir ziehen, sobald die raus sind. Zum Beispiel von dir. So. Und das ist jetzt schon die letzte Welle. Okay, cool. Ja, der hätte irgendwie. Ogersuppe. Oh, cool. Weil ich den Ogre da reingeschmissen habe, oder wie? Also die Errungenschaft, die ich gerade bekommen habe. Kommen, Hapis, so. Ja, Sacknasen. Triff oder triff nicht. Geschüttelt und gerührt. Außerdem erstochen. Sieg, wie zu erwarten war, also die Map war wieder, die wäre vielleicht auch auf einem anderen Schwierigkeitsgrad noch einigermaßen chillig gewesen. Weil sie eben nur eine geradeaus-Map ist eigentlich, ne? Aber gut. Und ich würde sagen, für diesen Part war's das. Ich bedenke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet hier Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder ein Däumchen würde man sich sehr freuen. Und ja. Wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn's wieder heißt. Let's play. Orcs must die. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.